Musik So, und wir haben jetzt den Start und haben einen Punkt, der das an der Welt. Und da ist der ist von dem zweiten Start hier, Marcel Sebastian. Ja, wir kommen, ihr deutscher Meister herren. Wir haben die Welt geholfen, der Kai Rumpel nicht. Ja, oder? Läuft ja noch mal so eine volle Form auf, wir reichen die neue Stimmen mit. Die letzte Sekunde vor dem Tag, der hier ist. Der Kai Rumpel nicht. Die letzte Sekunde Azul ist in den letzten Enden. Der Kai Rumpel nicht. Der Kai Rumpel nicht. Aber, der Kai Rumpel nicht. Das ist die Meisterfahrt von Köppenböckern. Viele spricht dafür. Die Meisterfahrt von Köppenböckern. 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 Und in diesem 18. Lauf bringen an Marcel Helfer, Danny Marcel, Max Deger und Martins Mullenski. Ja, da wird schon gejubelt.